Hoho Leute! Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Heute mache ich mal ein kleines Unboxing. Und zwar einen Moment von der lieben Lootchest. Das ist so eine Nerdbox, wo Sachen drin sind, so von Spielen und Filmen und halt alles mögliche. Oder Serien, alles halt so. Und das sind immer so 5-6 Gegenstände, die da drin sind, die so eine Box kostet. Also es gibt 3 Varianten, also es gibt halt diese 1 Monate, 3 Monate und 6 Monate. Und die 6 Monate ist am wenigsten, die kostet 19,99 Euro im Monat. Man kann aber noch ein Artikel sozusagen für 5 Euro dazu bestellen, das wäre dann die Lootchest Plus. Und da ist dann halt ein Artikel mehr drin und die kostet dann ungefähr 15 Euro. Äh, nicht 15 Euro, sondern 25 Euro ungefähr. Ähm, und das ist jetzt schon meine... Keine Ahnung, wievielte Box das ist. Das ist nicht meine erste, ich habe schon ein paar mehr bekommen. Aber, äh, ich habe halt immer keine Unboxings gemacht, weil ich dachte, also keine... Weil ich die ersten Boxen wollte ich erstmal so ein bisschen reingucken und so. Und ich habe mir jetzt gedacht, jetzt fange ich im neuen Jahr an mal Unboxings zu machen. Ähm, ich bekomme jeden Monat eine. Das heißt, es gibt jeden Monat ein Unboxing von dieser Box. Und mal gucken, also manche Sachen behalte ich auch nicht. Manche verschenke ich auch. Äh, und ja. Ich habe was vergessen. So. Eine... Schere. Ja, eine Schere. Und... Und mal... die gute Box öffnen. Und schauen, was sich dieses Monat da drin befindet. Ich sag ja mal so, ich fand die Sachen, waren jetzt, äh, in den letzten Monaten nicht so schön gewesen. Da bin ich ein bisschen traurig gewesen, weil... Ja, die meisten Sachen habe ich verschenkt, weil mir das Weiße nicht gefallen hat. Und ich hoffe, dass diese Box jetzt besser ist. Als erstes haben wir hier, äh, das schöne Bluttest, äh, Heftchen. Da gucken wir aber nicht rein. Also nur die ersten Seiten so. Wo es immer, halt, gibt's noch ein Spiel. Und... Werbung wird gemacht. Und... Sonstiges Zeug. Und... Ja. Meistens auf der Rückseite oder in der Innenseite sind manchmal kurz versteckt. Wo man sich dann zum Beispiel für einen Monatenkostenlosen Minecraft-Server oder sowas... Aber das ist egal. So, was holen wir denen als erstes raus? Und ich seh, die Box ist cool. Als erstes haben wir hier eine Mütze. Und... Das ist das Logo von... Der... Von Mass Effect. Von der Normandy. Von... Von... Donald Shepard und der Crew. Und das ist ja mal ein cooles Gemüch. Passt mir gar nicht, oder? Äh... Doch. Einigermaßen. Aber es ist eine coole Mütze. Die gefällt mir. Weil ich auch ein großer Mass Effect-Fan bin. Die ist cool, ja. Die ist echt schön. So. Dann haben wir hier auch ein paar Naschen rein. Papierbärchen. Die werden ja auch da rein. Zwei Unterschiede. Es gibt immer andere Süßigkeiten. Dann haben wir... Hier einen Sticker. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kenne mich damit eigentlich so aus. Was... Das genau ist. Können wir ja nachher... Unchestings rum jetzt nachdenken. Was es sein soll. Ich... Weiß nicht, was es ist. Mh... Das... Das ist leider nicht so... Mein Fall. Ein... Puzzle von Batman. Das ist super meine. Ich bin leider nicht so ein Batman-Fan. Und auch nicht ein Superman-Fan. Ich bin... Ich bin eher der... Also sagen wir mal so. Ich bin kein DC-Fan. Ich bin mehr der... Marvel-Fan. Also... DC-Zeug ist nicht so... Meins. Ja. Das werde ich wahrscheinlich verschenken. Weil... Ja. Ich nicht so ein Fan von... DC bin. So. Dann haben wir noch... Das kommt zum Schluss. Dann haben wir hier ein... Resident Evil T-Shirt. Schön eingepackt in... Dings. Das packe ich jetzt auch nicht aus. Weil... Resident Evil... Kenne ich nicht so. Also ich hab's nie... Also ich kenn das Spiel schon. Aber ich hab's nie gespielt. Aber ich bin jetzt nicht so der riesen Resident Evil Fan. Vielleicht schenke ich's meiner Schwester. Die freut sich nicht immer über solche T-Shirts. Oder mal schauen. Wenn man anders... Resident Evil mag... Äh... Wie gesagt... Ich bin kein Resident Evil Fan. Deshalb kommt das... Wird das auch verschenkt. Und... Dann haben wir hier noch ein... Spider-Man und Deadpool... Comic Ausgabe... Keine Ahnung. Die nicht da... Das ist halt so... Typisches Comic... Mit Deadpool... Wo sogar mit dem Sorian... Ähm... Und Superhelden. Was man halt so... Für Comic-Freaks ganz nice. Äh... Ja... Aber naja... Hier nochmal das Cover. So... Und das Beste ist ja... Seit langem wieder mal... Gibt es... Eine Popfigur! Ist das geil! Und das lustige Geile ist ja auch noch... Es ist von... Es ist von... Ja! Es ist von Captain America. Es ist Agent... 30... Denk ich mal wird es ausgesprochen. Ähm... Vielleicht... Gibt endlich mal wieder eine... Popfigur... In den Loot-Chests. Es gab ja mal... Äh... Eine Zeit lang keine... Weil... Dazu hat sich Loot-Chests irgendwie geäußert... Dass die keine mehr reinmachen... Weil... Die halt... Ähm... Ja... Wie soll ich sagen... Äh... Viele beschwert haben... Dass die Boxen kaputt sind... Wo die drinnen sind... Und... Die mussten dann halt so viel nachschicken... Dass sie gesagt haben... Wir verschicken keine mehr... Weil das... Sehr... Geldintensiv ist... Wenn sie die immer... Zurückschicken müssen... Und... Äh... Oder halt... Neue schicken... Weil sich irgendwelche beschwert haben... Und... Da haben sie dann gesagt... Ja... Wir machen das jetzt nicht mehr... Aber anscheinend ist das wieder aufgelöst... Es gibt jetzt wieder... Popfiguren... Ich hab... Äh... Von... Marvel... Hab ich schon eine... Und zwar... Das ist... Aus... The Avengers... Der... Ich weiß nicht wie der heißt... Der... In dem... In dem Avengers... Ersten Avengers Teil stirbt... Den hab ich schon... Und... Dann hab ich noch... Die Popfigur von... Äh... Von... Lannister... Aus... Game of Thrones... Ähm... Jo... Ich hab bis jetzt nur 3... Weil ich bin jetzt nicht so der Popfiguren-Sammler... Ich freu mich immer wenn ich den einen... In der Loot-Chest eine habe... Und ich freu mich auch riesig über diese Figur... Weil es halt auch wieder... Von Marvel ist... Und... Von... Äh... Ja... Richtig... Cool... Und... Hier hinten sind noch die anderen die es gibt... So... Captain America... Und Iron Man... Und der Winter Soldier... Ich hätte mich noch gefreut... Weil ich hier... Falken oder... Oder... Oder hier... Sogar... Black Widow bekommen hätte... Ähm... Ich weiß gar nicht wer jetzt angeht... Ancient... Für die ist... Da müsste ich noch mal nach... Oh... Sogar mit... Mit... Bubble Hands... Ich hatte die Meinung... Äh... Ganz vorsichtig... Wie ich sie rausbekomme... Ja... Ich probiere sie raus... Die hat sogar... Das ist ja geil... Die hat hier sogar... Äh... Den Ständen... Also... So... So... Den Stand... Die steht nämlich nicht alleine... Weil die so klein ist... Wie ihr seht... Hier sehen wir... Ein... Wackelkopf... Das ist cool... Und... Dann stellen wir die hier wieder rauf... Und... So einfach... Die da wieder rein zu... Achso... Ist das falsch... So... Das ist die gute Ancient... So... Die... Jo... Fangen wir sie mal wieder rein... Die gute... Ja... Machen wir sie wieder rein... So, dann gucken wir mal, was das hier ist. Das weiß ich nämlich nicht. Und was ist denn jetzt dieses Jahr der Blue Chess Plus Artikel? Ah, geil! Das ist ein Mass Effect von Andromeda. Das ist der Blue Chess Plus Artikel. Den hätte ich nicht gehabt, wenn ich nicht die Blue Chess Plus gekauft hätte. Und... Und da freu ich mich, weil ich gerne Mass Effect spiele. Ähm, ja. Ich hab, also, ich würd's gerne, oder sagen, wieso, ich würd's gern spielen. Ich hab das Spiel da nicht, aber... Ich würd's so gerne spielen! So, Dallas ist ein Sticker aus Biohethered. Hm... Keine Ahnung. Okay. Was auch immer Biohethered ist... Ich weiß es nicht, vielleicht wisst ihr das ja. Aber, mal gucken. Hier steht noch. Man kann die Toilette mit... Äh... Machen, damit man... So... Getreten verboten... Ja. 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 Wie gesagt, das ist echt nice. Da freu ich mich. Und ich muss sagen, die Box war wieder super gut. Und... Und... Tschüss. Ja. Ja. Ja.